bei mir liegt er auch also ich bin ich bin jetzt fast schon beim tower ich glaube ist jetzt ja scheint so na jetzt geht er wieder heute noch ein gesagt war es einfach so machen einer von uns ist der magier einer von uns ist weit kämpfer und einer von uns krieger oder sowas rollen verteidung ist nicht nur der wörter schon kisten einfach schneller das ist schnell looting zwei monster kümmern der einen macht die drei die spawner kaputt nachher die sanitarien übrigens looting 1 auf meinen schweren das immer so wir lassen dich einfach stehen einfach schnell looting wie schnell wir den tower durchmachen das hätte man ausmachen muss pvp von rein ist wie guter also wollen wir alles mitnehmen ich habe keinen platz mehr oh Gott ich brauche die truhen einfach mit oh scheiße das hinten ist ein boss mann warte ich baue jetzt die spawner oh Centus hat es unten was hast du gerade den boss bekommen ah mich gibt aua 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 warte ah der boss boss hinter uns verreckt du bist eh jawoll geht doch die Pfeile der einfach getroppt hat ich hab nen Freezer White Helm ich hab nen Schild ich hab nen Freezer White Helm jetzt what the fuck die Skelette spring hier einfach mal runter wieder oh du musst die äh fiss dich boah das Blätter vielleicht bist du schnell wir nein mann ich muss ja hoch wir sind beide du kennst das schon wir kennen das noch nicht ach so kennt ihr noch gar nix noch ein bisschen schon aber nicht alles ist auch von oben von oben von oben jetzt muss irgendeiner luken der noch Inventar hat oh was later Johnny ey ja aber hier ist jetzt dein Graveyard du kannst es direkt wieder aufsammeln ne ich hab meinen Inventar ja ja wir behalten das Inventar doch hab den Graveyard abgebrochen kann man TPA machen? oh kannst ja einfach zu TP machen naja das merne ich ja TPA hast du das echt zu mir gemacht hat oh geil ich hab den bis 83 bei den ne ja oh jetzt bin ich hier runter gefallen ich hab mir helfen ich warte kurz vor dem Boss äh das noch was ist der nicht mal der macht nämlich sofort die Kisten kaputt wir dürfen die nicht vorher öffnen du bist du hochgehen und den du warte nicht töten nicht töten nicht töten nicht töten nicht töten doch 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 zu spät scheiße scheiße hab den Loot und raus hier gut wow ich bin Wasser gespürt ja ich auch ich hab mir die Fehler die jetzt aber mitgenommen boah boah der hat ein Riftblade gedroppt nochmal ja nochmal und ein Lekia Bow jawohl Lekia Bow ist geil zwei Pfeile pro Schuss manchmal auch drei genau nimm mal mit Heilspider Gipspider noch nimm mal die Kisten hab auch ein Magic Mirror hab ich auch mitgenommen ähm ähm wir müssen mal unser Loot wegbringen ne oder seid ihr also ich bin voll da hinten ist ein Schiff ja die sind immer gut pro Stück die Schiffe aber meine ich mach maln Rift auf ne warte kommst nicht mehr zurück du Vollidiot aber da kann man sich mit Porten du Vogel oh jetzt ist das zarteste Sartokunen kommst nicht mehr zurück wir haben so'n scheiß Rift hier das ist Weckig Da. Achja. Mach ihn kreuz hin. Ich geh da nicht rein, man. Geh du da rein. Ich bring mal eben ein Inventar weg. Man kann ja gar nicht mehr durch, sonst will. Herzhaft ist, du bist gefangen. Ja. Versuch mal da rauszukommen. Wir können ja weitergehen. Ich mach hier eben ein Inventar-Learing. Geht er zurück, oder? Lohnt sich nicht mit vollem Inventar. Gibt's hier kein TPX? Äh. Der gleiche Dimension. Versuch einfach irgendwo runterzufallen, weißt du? Letztes Mal und dann kommst du zu dieser Suppe. Dann muss ich mich halt runterbauen. Dann kommst du zu der Suppe. Und ich fall. Oder? Aber ich weiß gar nicht, ob da so guter Loot drin ist immer. Ja, ich fall. Toll. Wieso fällst du aus der Welt? Hä? Was ist denn da los? Ich bin direkt aus so einem Ding draufgekommen. Aber ich töd dich da einfach. Du müsst doch beim Bett spawnen, oder? Ich bin genau aus so einem Zack draufgeflogen eben. Ah, ne Slime-Insel ist da vorne. Da hab ich gerade schon. Essbare Slimes. Wenigstens hab ich jetzt mal nen Winstaff. Jawoll. Ah, die sind die Schamanen. Haben auch so Winstaff, das ist richtig nervig. Uh, da wollte ich nicht runterfallen. Komm ich hier gar nicht mehr raus jetzt, oder was? Der Haumpunkt ist aber ein bisschen bescheidener, ne? Über die Hochklettern? Ja. Ist ja nur so ein bisschen nervig, aber sonst. Mach grad vier Zombies und einen Creeper mit dem Winstaff weg, Alter. Super lustig aus. So alle in einem Brei. Oh, hallo Creeper. Und im NDR gibt's nämlich die Garnito Creeper, Alter. Neito Creeper sind böse. Nein, die sind auch böse. Jawoll, Creeper-Helm. Aber ich hab keinen Inventarplatz mehr. Ah, das mal kann ich nicht reparieren, wie scheiße ist das? Was denn? Staffs, oder was? Öh, Enchantment ist doch unkostenlos, außer auch Staffs gehen, auf jeden Fall. Ach, da muss ich... Bis auf dem Staff hab ich jetzt angerechnet. Ey, wie bist du jetzt so schnell hingekommen? Ich bin doch gestorben. Ach so. Aua. Aua, hör doch auf, Mann. Hör doch auf, hör doch auf, hör doch auf, hör doch auf. Johnny, lass mal sein. Ich weiß nicht, wie ich das wegkriege. Ich töte mich grad selber. Indem ich mich mit Fallen abschiebt. Was bringt denn Water-Gonade? Das ist genau wie so ein Staff. Ah, jetzt fall ich da runter. Lol, was hat das... Loisea hab ich jetzt drauf, für die Water-Gonade. Johnny, hör auf. Jetzt fall ich in unsere Lieblingswelt, in die Fühlenwelt. Jetzt hab ich Übelkeit. Echt? Jetzt grade kannst du wenigstens wieder raus und dich dann teleportieren. Ja. Musst nur erst mal so ne Pfütze finden. Ich hab einfach drei kaputte Böge mit mir da. Ja, mach da wenigstens einen raus. Oh, ich muss jetzt mal was essen, dass ich rennen kann. Und bloß die Porten, du scheiße Tür. Verpiss dich. Ja, Zombies, werf dich mit ner Poison-Gonade. Wie du, ne Johnny? Immer weggeportet. Ah, da ist ja schon ein Seeg. Alles klar, ich komm gleich raus. Ich mach grad n bisschen Nahrung hier. So geht das auch einfach, dich mit Pfeilen abschießen, dass du stirbst. Und dann landest du auch da, dass du wieder rauskommst. Ey, wie gesagt, bei uns ist das ausgeschalten. Oh, deshalb war nichts. Ja, ich krieg grad meine Bumbe-Wengst. Ja, das war ich da grad, weil das war mir grad lädt. Deswegen leckt das so. Oh, toll, alles deine Schuld. Ja, ist das halt egal. Der wär schuld. Nein. Du bist durchschmerzt gelaufen. Ja, ich wollt grad sagen, du. Nicht wir. Das sollten wir irgendwo in der Inga eine Kiste halten. Aber hättest du dich nicht mit diesem magischen Spiegel zurückporten können? Nein. Gehg nicht. Es geht nur in Dungeons oder so. Hab schon versucht. Geht aber mit ner Scroll of irgendwas. Ja, Scroll of Escape. Boah, leckt das. Boah. Der lädt auch ganz schön. Wer von euch hat denn die Route eröffnet? Da ist auch ein Route-Server drauf. Und von dir, John Yorad? Ja. Judy. Judy, Judy. Ah, jetzt geht's endlich. So, und meine zwei Bogen- Ach, jetzt sind mein Bogen-Ring ist wieder da. Bin irgendwo im Arsch da weg gelandet. Hi. Der Bogen-Ring ist so geil, ne? Boah, ey. Die Ton sind aber voll. Echt. So, erstmal ein bisschen Nahrung hier. Kann mich mal erstmal wieder anziehen. Öhhh. Du hast ausgezogen? O mein Gott. Was für'n Anblick. Hehehe. So. Alle haben mögen mich nicht. Ich tu mal das Würftblät in irgendeine Kiste hier. Da rein. So. Lohnrutbrunig, Alka-Hast. Warte mal, hab doch hier so ein... Ah, Magic Essence. Diamanten. Ob das bei mir wieder abstürzt, wenn ich da was reintu? Stimmt. Du bist abgestürzt. Was hast du denn da reingetan? Stuff. Das Schwert. Einfach nur. Okay. Bei mir kackt das dann ab. Okay. Komisch. Das war jetzt ein Preis. Das war echt ätzend. Was hab ich denn für Essenzen schonmal? Hier hinten sind's. Also machst du jetzt deine eigenen Kisten oder was? Nein, ich tu das jetzt nur da rein. Essenzen, ich bringe jetzt da rein. Oh, warte ey! Gib mir mal an Electric, bitte. Habt ihr alle Lizenzen momentan? Du bist ein Eierkopf. Was willst du denn damit machen? Electric Stuff, da kann man ja rumfliegen. Ich bin der Magier. Du bist hier die Schlampe. Guck hier, pass auf. Ja, ich kenn das. Womit willst du eigentlich Magier sein? Womit willst du eigentlich Magier sein? Weil ich schon Stuff habe. Nur dass ich auch einen hab, ne? Ja, ich hab aber den Feuer. Ich schalte Ninja Looter. Blubber, blubber, blubber. Blubber, blubber. Blubber, blubber. Jum! Nein, 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 nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du willst doch einen Krieg machen oder was? Lass es sein, du verlierst eh. Das weißt du ganz genau. Bad lucking. Oh, leck mich doch wieder. Oh, der Scheiß jetzt. Du Scheiß Schisser, Alter. Scheiß Schisser. Du Scheiß Schisser. Du Scheiß Schisser. Du blödeter Schisser, Mann. Ja, du blödeter Schisser. Lecker, selber wieder. Ja, ja. Blub, 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 blub. Ja komm, jetzt ist es gut. Frieden? Hä, ich hol mir nur kurz Arrows. Nein, jetzt komm, lass. Ich hab mal an, ich wollte einfach zum Legier aber auf dich schießen. Mach jetzt kurz. Wenn er gut verzaubert. Ich mach jetzt, ich verzauber den jetzt. Du musst erst mal Infinity drauf. Ich wollt grad sagen, auf Infinity und dann geht's richtig ab. Bogen, Pfeile. Brauch ich denn so viel? Ich weiß gar nicht, ob ich mit Archer überhaupt mache. Egal. Ach, ihr gammelt ja noch weiter hier rum, ne? Dann würd ich weiterziehen. Bisschen Stuff vielleicht versucht. Warum willst du denn alleine los? Na, Stuff wo ranholen? Ich bin doch nicht mal wieder da. Ja und? Können wir mit für...